Also, wir reagieren jetzt auf Unusual Memes Compilation V1850 Ich bin ready, ihr seid's bestimmt auch, ihr habt keine andere Wahl und deswegen starten wir jetzt hier, let's go! Ha, das bin einfach ich! So, ich hab das in, ich glaub ich hab das schon tausendmal erwähnt, ich glaub ich bin der einzige Mensch, ich kann zwar so halbwegs mit Stäbchen essen, aber nicht wirklich. Also nicht so richtig, ich bin ein richtig schlechter Stäbchenesser. Oh, beste Milch, Grüße geht raus von allen Leute! Oh, Alter, was? Oh, Junge! Alter! Mann! Alter, was ist dieseно? Hey Junge, was ist das? Oh, ho, ho, ho. Dieses Geräusch. Es ist... Ha ha ha! Hey, seriously, if you just tell me whose this is, I'm not gonna be upset. It's yours, I'm telling you! It's not mine! Ah, you mo- Ha ha ha! Ha ha ha! Ha ha ha! Ha ha ha! Ha 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 ha! Oh, so dünn! Ha 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 ha! Ha 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 ha! Oh! Nein, das ist... Ha 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 ha! Ha 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 ha! Ha 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 ha! Hey, seriously, if you just tell me whose this is... Alter, das ist... Das ist zu kranker Humor, Alter, Junge! It's yours, I'm telling you! It's not mine! Ha 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 ha! Ha ha ha! Es ist so plumper, blöder Humor, Alter! Ha 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 ha! Ha 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 ha! Ha 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 ha! Ha 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 ha! Aua! Oh! That's why I never told back to the big dog! In this bella passage, bring me dancing! Dando a banda- Ha ha ha! Oh nein, bitte nicht! Tu es nicht! AusGHH Zeit Und was? California Was das... �, ich schwör, heute ist das ja überplump! Was ist denn das für über... über plumpe Videos heute? lob FIND' ich zum zB... Den Gedanken finde ich gar nicht lustig. Es gibt nichts mehr, was ich hasse, als wenn ich überall Sand habe. Ich finde, deswegen finde ich das am Strandlaufen auch gerade so schlimm, weil dann kommt irgendwie immer Sand in den Schuh rein und dann spürst du das so zwischen den Zähnen. Ich finde das so ekelhaft, wenn du überall Sand hast. Ich kann das überhaupt nicht leiden. Real Talk. Oh, f***. Ich mache es für Instagram. Oh. Deswegen würde ich niemals eine Hausparty bei mir machen mit irgendwelchen Leuten, die saufen. Alter, stell mal vor, du machst eine Hausparty bei dir und die machen dir einfach dein Geländer kaputt. Ich meine, ich rechne ja mit alles, im Fernseher der Umfeld, aber ein f*** Geländer, alter, weil da irgendwer weil da irgendwer Rodelbahn spielen will mit meiner Treppe. Alter. I can't work under these f***ing conditions. Ich kann ehrlich sagen, ich will sagen, ich will f*** every single guy friend that I've had. Me too. Das absolute fool ist trodden in der Paine Tray. Es ist ein schönes Blüte, aber sie hat es auch spelt es all over herself. So, jetzt, ich muss dich aus in der Hose, du Naughty Sausage. Mann, Junge. Was guck ich mir eigentlich an, alter? Alter, ich hab echt Bauchschmerzen. Eigentlich ist das eine sehr gute Folge, man. Das ist doch keine echte Lache, Mann. Das gibt wirklich so einige Menschen und du kannst ja nichts dagegen tun. Du kannst ja nicht einfach deine Lache ändern. So, wenn du eine komische Lache hast, kannst du nicht einmal wie ein Mann lachen. So, so. Sondern du hast eine Lache und die behältst du bei. Jeder hat ja so seine eigenständige Lache und da gibt es halt wirklich manchmal Lachen, wo du dir so denkst, boah, Alter. Boah. Alter. Gott sei Dank hab ich einfach nur eine hinreißende Lache. Mann, das ist halt das Geile, weil das ist das Geile in Amerika, alter. Wenn du willst, dann fährst du einfach mit einem Haus. Junge, juckt niemanden. Alter. Alter. Warum? Warum? Hör auf, diese Katze zu quälen. Hör auf, diese Katze zu quälen. Oh, Alter, geil. Hä, was soll denn das werden? Na gut, das war aber vorhersehbar. Deswegen keine Haustiere. Hä? Hä? Ich mache Nachschuld. Ich habe mal raus bis his und de Brüller. Könnt ihr uns mit приз? Oh ja, einen석. Warum?! Oha! Oha! Er schafft's! Man, ich liebe das Internet so sehr. Ohne Internet würde ich null lachen, Alter. Ich würde nur traurig sein. Junge, mein Herz blutet. Real Talk. Ich finde das null lustig. Mein Herz blutet. Weil das kann jederzeit passieren, Alter. Stell mal vor. Junge, du hast eine neue Grafikkarte. Zu der Grafikkartenzeit. Ey, ich habe mir jetzt einfach einen Kredit aufgenommen, um mir eine 3090 für 3000 zu holen. Du machst den PC das allererste Mal an, weil du allen zeigen willst, jetzt hast du einen richtigen PC. Was ist das denn? Ah, das war doch kein Meerschweinchen, oder? Das würde das Vieh einmal bei mir machen und dann könnte er gucken, wie er draußen klarkommen würde. Das wenn eine Frau mich streicheln würde. Das war... Real Talk. Das war einer der besten... Also für mich persönlich war das einer der besten Meme-Videos seit sehr, 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 sehr langer Zeit. Jetzt mal Real Talk. Alter! Junge! Das war... Wie oft ich hier gelacht habe, das war schon krank. Alter! Alter!